Beispieltext Es ist eine Herausforderung, aber es kann auch sehr lohnend sein, wenn man das Ergebnis sieht. Ich denke, das Haus hat viel Potenzial und wird nach der Renovierung sehr schön aussehen. Ich habe die Bilder gesehen, die du mir geschickt hast, und ich denke, dass das Haus eine gute Struktur hat, aber es braucht einige Reparaturen und eine gründliche Reinigung. Ich denke, dass das Projekt eine Menge Arbeit erfordern wird, aber es wird sich lohnen. Ich habe selbst ein ähnliches Projekt durchgeführt und kann dir sagen, dass es eine großartige Erfahrung war. Es war hart, aber das Ergebnis war fantastisch. Wenn du weitere Fragen hast oder Hilfe benötigst, stehe ich gerne zur Verfügung. Viele Grüße Name